ja leute was geht und willkommen zurück zu lassofass partjure ja die sind hier stehen geblieben in der letzten folge frage wogen wie sind wir durch ja letzte folge war krass ja 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 du und d ja Hier ist eine alte Touristenkarte. Tja, das ist doch was. Also, schickt jetzt an mir eine Karte. Ah, was, das sieht so geil aus, ey. Kann man hier durch? Ja. Er fährt. Wir sehen den Wald. Oh, Alter, wie das... Ey, wie geil. Bruder. Ey, das sieht so geil aus hier im Wald. Ey. Ich würde sagen, es ist eine Folge, aber die Karte ist einfach der Hammer. Wow. Ist das die Quarantänezone? Ja. Schau mal nach oben. Gut, dann schauen wir uns hier mal um. Und danach schauen, wie wir reinkommen, ne? Alles leer. Ey, warum ist hier alles leer? Hallo? Oh, meine... Oh, ist das noch ein Brief, ne? Wenn du zum Tor kommst, suche einen Hontan namens Kieran. Sag ihm, dass ich dich geschickt habe. Denki. Dann gib ihm das Kilo und er wird dich reinlassen, Schiegel. Ah, ja gut. Wie viel hat es mich nicht gebracht, ne? Oder gar nichts anderes. Wow. Ah, eine Raktionsstufe, ne? Okay, das lesen mal. Könnte ich das gerne machen, aber... Annahme ist hier... Alles leer. Ja, das kannst du laut sagen, ehrlich. Karamba. Ist hier ehrlich. Ja, das ist gut. Er ist gut, Edi. Hallo. Ah, nice. Schrauben. Ob und sonst gibt's hier wirklich nichts, ne? Ah, okay. Sind das Käfige? Arrestzellen. Wie bei den Soldaten in Boston. Sind das Käfige? Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Aber ich schraube das. Okay, das ist gut nicht drin, ne? Ah, das ist hier, gut, wir kommen erst hier rein. Ja, aber komm, das schafft sie doch nicht. Ähm, okay, wie zum Teufel kommen wir da rein? Wie zum Teufel komme ich da hoch, wie zum, wie zum, wie zum, wie zum, wie zum, wie zum sick, nochmal, sollte. Ah, vielleicht schon hier raus, ne? Ah, ja. Ja, ja, ja. Hä?! Okay, das war schon mal falsch? Okay, jetzt muss man ja. Ah, aber wenn das zusammenbricht, dann sind wir beide Tauben. Ja, wir haben uns einen Weg gefurrt. Ich halte die Augen offen. Versuche das Tor von der anderen Seite zu öffnen. Klingt gut. Alter. Okay, Moment, ey. Wenn das zusammenbricht, Alter, ich schwöre. Aber jetzt die Frage, wo müssen wir da? Wo sind wir von dort aus? Rentsprungskraft. Vergiss es. Bist du trüb? Nein, Stefan, komm. Kannst du mich sagen? Ah, Moment. Ah, Bingo. Ah ja, ich habe ja allein sich gedrückt für den Weitsprung. Hahahaha, geil. Hihi. Scheisse. Yikes. Wow. Oh. Alles gut. Waren euch knapp. 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 Noch eine Sammelkarte! Geil! I like this! Ich bin ein Flüchtling gegen die 2 Leute mit der Wehrleift. Aufnahm bei uns an. Wir lieben die Lange, Isaac. Okay. Nein, 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 nein. Was? Werkstein, Werkstein, ich gebe dir ein Werkstein. Ja lol, eine. Keine Strom. Keine Strom. Das sichere Stromkasten, das dass das Tor auf geht. Fuck man. Okay. Das wohl geschrieben wurde. Okay, das, das... Kurz. Kurz, überall kurz drauf. Die CeraVina Basis. Na sowas. Okay. Wir müssen jetzt wirklich mal das Tor aufklicken, ne? Das ist mein Generator. Scheiße verkackt. Ich peif! Ich bin nicht nicht mit. Ich bin nicht aufgelöst. Ich bin nicht gespannt! Oh, fuck. Ellie, pass auf. Sesam öffnet sich, ne? Und jetzt kümmere ich mich um das. Also, wir glauben an dich. Danke. Okay, Moment mal, ne? Jetzt müssen wir nicht irgendwie dieses feite Tor öffnen, dass Dina zu uns kommt. War ich hier schon drin? Nee. Da geht nix, ne? Scheiße. Wir gucken uns da kurz mal hoch. Mal schauen, was da ist. Hm. Hm. Ich frage wie vom Toyo. Oh. Okay, das war falsch, aber auch richtig für uns, ne? Dass wir die Sachen gefunden haben. Das ist geil. Ah. Kein Saft. Okay, ja, ja. Ich hab irgendwie so viel. Ich weiß, wie wir das machen müssen. Okay, da kommen wir schon mal nicht durch. Ja, ich weiß, was die von mir wollen. Da ausziehen. Ich hab einen Moment. Dann schmeißen wir ihn wieder hier rüber. Da nehmen wir es wieder. Da da da. So. Und dann können wir jetzt von dieser Seite, äh, wieso? Ich kann mir jetzt hier den Strom reinmachen. Ja, perfekt. Und jetzt gebe ich Licht. Ich hoffe, ich hoffe, das hört. Oh, Moment. Okay, Moment. Moment. Konto-Motor-Code. 0512, das Haupt oder? 0512, okay. Oh! Alter, ein Schimmer, dort ist drunter gestanden. Alter Schwede, leg mich und zieg. Okay, ich kann Leben herstellen. Ach, ich bin nicht drin. Nix, ne? Ja. Da ist der Nummer Schimmer. Was ist denn? Da war so ein Zettel. Da stehen kurz drauf. Steht, dass es an einem Ort namens Seravena Basis ein WLF versteckt geht. Seravena. Suchen wir sie? Und finden hoffentlich den ersten WLF? Lingen zum Leben. Und sehen dann weiter. Dann los. Okay. Halt so viel als wie groß. Okay, wo können wir bleiben? Ich dachte, wir müssen gleich nicht fahren. Okay, wir gehen mal in die Richtung. Seravena holt mich. Das muss es sein. Okay. Suchen wir einen Weg vorbei am, äh, Cacpedra-Tor. Sehr kreativ. Ich denke aus genau dem Kern. Wir sehen uns das mal aus der Nähe an. Die Idioten. Bring einfach jeden gegen dich auf. Okay, da ist nichts. Okay, dann mal los. Scheiße. Ah, leer Benzin. Kein Benzin mehr. Scheiße. Jo, noch Benzins. Auf dem Zettel stand, das ist im Gerichtsparkhaus und bei einer Kuppel Benzin. Okay. Wir sind das Parkhaus und Kuppel. So, wie sollen wir diese Orte finden? Wir reiten herum und halten Ausschau. Ach, wie süße eine Farbe. Auf jeden Fall. Also... Alter. Jo. Sicher. Etwa hier. Ah, cool. Dann markier ich das mal. Okay. Okay. Jetzt... Können wir kommen, ne? Ich schätze, das Militär hat hier alles weggebombt. Bruder. Warum sollten sie... Ja, manchmal hat das Militär-Stadtteil zerstört mit denen... Infizierte Rebellen. Oder Rebellen. Ist das nicht übertrieben? Naja, das hat meist funktioniert. Gegen Infizierte oder Rebellen? Beides. Was? Schätze. Ich glaube mir. Du hast das Glück, nicht in einer Kurzzeit aufzuwachsen. Ich habe das Gefühl, habe ich... Ah, hey. Corinne, ich habe schon wieder das Gerücht gehört, dass die Westlake... Okay. Gut. Jetzt zeig mir die Karte. Ah, okay. Unter uns ist die Bank, ne? Aber... Ach, was warten wir noch? Ah, das hier ist die Bank, ne? Ich muss sagen... Ich hätte gedacht, die Seattle-Quarantäne-Zone wäre deutlich... Ich hätte nicht mehr geblieben. Wer lebt da? Ja... Vielleicht verstecken sich alle in der Ceravena. Was meinst du eigentlich, wie viele WLFs sind? Ja... Wir müssen sagen... Wenn wir Glück haben, sind das alle. Das wird schon. Aber wir sollten aufpassen. Und Vorräte sind... Oh ja. Sie sagt... Ellie sagt das, ne? Boa. Mal gucken, wie ich hier öffne was ist schon... Was glaubst du? Ja, nicht. Ja, nicht. Ja, ne... Hier gibt es nichts mehr. Also. Ja... er kommt mir hoch können wir hier hoch das ist gut das wäre nice ok was zeigt er ist schon nicht rein ah das ist ein Frage, cool Da 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 Woah Pilen Ah, ok, wenn es durchgestrichen ist, haben wir alles abgesucht. Ah, perfekt, gut weiss man das, ne. Jetzt fragt man, ob wir durch, äh, rechts und so. Ja. Ich glaube, Schimmer wird krank. Was? Warum siehst du das? Sie macht so ein langes Gesicht. Komm schon, der war doch gut. Okay, mal gucken wir hier rein. Schlüssel nötig. Wir brauchen einen Schlüssel, ne. Okay. Gut weiss man das, wenn wir hier reinkommen brauchen wir einen Schlüssel. Schlüssel nötig. Okay. Okay. Hey, warum hab ich immer lesen, ne. Okay, ich könnte auf Pause drücken, dass du ausmacht jetzt wirklich nicht lesen, ne. Okay, das ist schon das. Wollt. Ely, magst du hier auch, danke? Nein, nein, noch mehr. Da drüben ist was noch. Dann bist du an links. Ah, da hinten ist ein Gebäude. Das kann dann auch gut sein, ne? 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 Aber ich schau jetzt mal hier. Kommt auch noch hoch. Nein. Ah, hier sind wir, ne? Ah, okay. Das andere ist hier in diesem Gebäude da drüben, ne? Ja, gut. Wo ist man das, ne? Okay, wir können mal rein. Wir können da mal rein. Wenn ich raus finde, wo ich rein komme, dann gehen wir rein. Und das sind uns lath amius. Was ist hier, wenn ja, wenn ja... Was ist hier, wenn ich ... Was ist hier eigentlich ein bisschen sein. Ja, lol. okay okay das käme ja schon vermessen ja die macht alleine auch klicke Mann, ich hasse dich, ich hasse dich, ich habe dich nicht mehr zum Kriegenhass, lelelelelel Mann, ich habe dich nicht mehr zum Kriegenhass, ich habe dich nicht mehr zum Kriegenhass. Was ist das denn? Ich habe dich nicht mehr zum Kriegenhass. Klick, klick. Boah, ich habe dich nicht mehr zum Kriegenhass. Boah, lege mich am Arsch. Ich habe gegen diesen Klicker keine Chance mehr. Boah, f*** Mann, ich habe dich doch von hinten genommen. Alter, lege mich. Eie, dieser Klicker, ich hasse dich in diesem Teil so sehr. красi Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Dina, komm weg, komm weg hier. Ah ja, das hat jetzt vollgebracht, ne. Scheiße, Mann. Glück, Mann. Ja, nein, ja, leek mich. Ja, nein, ja, leek mich. Ja, leek mich. Ja, leek mich. Ja, leek mich. Komm, leek mich doch, Alter. Ja, leek mich. Ja, leek mich. Ja, leek mich. Nice, Sir. Ja. Es ist wohl wahr, der Schworen da zu sein. Bestimmt cool. Du setzt dich hin, ziehst dir Verweise an, versuchst auch zu finden, ob einer lügt. Gib mir nur fünf Minuten und mein Messer. Ich sagte, ob jemand lügt oder nicht. Oh, wow. Okay. Das war jetzt an einer krassen Stelle. Boah, die Klicks sind ja aggressiv geworden, Bruder. Okay, das geht jetzt gleich weiter. Mal kurz nach... Mal kurz um... Umschauen, was war das? Mal kurz um, was war das? Komm, drückt! Drückt, drückt, drückt! Hast du schon mal in einem Gericht? Nein. Willst du mir erzählen, dass du in Boston nie Ärger hattest? Doch, ich hatte Ärger. Aber ich bin nie vor Gericht gelandet. Halt. Schockbombe. Mehr Gegner zu betäuber. Ah, okay, das... Ja, meine Tasha-Longberg. Das könnte nützlich sein. Oh, ne Machete? Ja, moin, leg mich. Was steht da? Der Typ war ein Federer-Kommandant oder so. Ah, wir waren der WLF unterlegen und wollten fliehen. Wie groß ist diese Gruppe, wenn sie die Armee schlagen können? Man braucht nicht viel, wenn er so brutal ist. Wir müssen vorsichtig sein. Wir dürfen nichts überstehen. 86, 07, 22 Musik. Okay, Jesse. 86... 07... Oh, Mann. 22, perfekt. 22, perfekt. Perfekt, Leute! Oh, was? 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 Oh, Mann. No, Mann. Ich glaube, wir beenden dann gleich den Part. Es ist. Noch. Es ist. ok moment was ist das isaac ich mag es dem scheiß alter isaac isaac den hatten wir doch okay wir sagen was sich dieser folge wenn es euch gefallen hat daumen hoch lassen ab und ansonsten bis zum nächsten mal haut rein und ciao ciao ja